Was mit meinem Geld? Ich bin saumüde. Das kannst du dir morgen in meinem Büro abholen, wie immer. Morgen! Ich war in Dänemark. Was hast du da gemacht? Ein Auto abgeholt. Ich kann mich abholen. Guten Tag. Guten Tag, Herr Menzel. Ich freue mich über Ihren Erfolg, Herr Menzel. Herr Menzel, möchtest du denn in einem Land leben, wo man sich ständig beleidigt und dann... Können Sie mir noch was für den Mann erzählen? Er macht Fahrten für Radcamper. Für Radcamper? Sie verbrannten meinen Manuskripte alle. Scheint ihr denn ab? Los, einsteigen. Und sagt einem Engel, er soll weiterfliegen. Dann nehme ich mir vor, rechtzeitig loszugehen. Tja, ich auch. Und dann ist wieder der Ziel. Anna. Kann man sie hören? So. Ich bin da sieh. Ich bin da sieh. Ich bin da sieh.